willkommen wieder zu einem neuen bursdorf trick und das ist jetzt mein zweiter stock den hier habt der ist ein bisschen kürzer wie der andere aber es funktioniert trotzdem mit dem alles genauso wie mit dem lang so wir sind eigentlich immer so gestartet mitten in der mitte und hier jetzt starten wir diesmal hier hinten und dann in dieser position und hier möchte ich euch diesen trick beibringen aber das ist noch nicht alles sondern so und so dann ist er hier so dieses mal starten wir hier hinten an dem ende und fast am besten nicht ganz unten an aber auch nicht zu sehr oben wenn ihr zu sehr oben anfasst dann habt ihr ein problem hier nachher mit dem schleudern wenn ihr zu weit unten anfasst dann habt ihr das problem dass er unten am fußboden aufschlägt also wohin jetzt mit meiner hand hier am ende zu weit unten darf er nicht aber zu weit oben auch nicht das heißt ihr müsst einen mittelpunkt finden nimmt am besten die hand womit ihr rumschleudert dann nehmt ihr die zweite hand und dann hier zeigefinger und mittelfinger ungefähr hier greift er dann noch mal zu das heißt ungefähr anderthalb hände und hier habt ihr den perfekten griff so wir stehen normal schulterbreit benutzen den stock hier vorne machen einmal zack ganz einfach einmal aus dem handgelenk heraus wenn ihr diesen trick locker drauf habt weil er ja nicht schwer ist dann könnt ihr jetzt die hand so eindrehen und die hand nach unten führen also erstmal den hier und dann kommt der andere ich muss das mit dem arm und der schulter so machen anders bekommt ihr das sonst nicht hin wenn ihr das nämlich nicht macht dann könnt ihr diesen stock zwischen die beine bekommen und das ist ja für den einen oder anderen typen nicht so gut aber der frau tut es auch weh habe ich gehört das heißt der stock muss ganz geschmeidig über die schulter gehen hier spielt es auch eine rolle wie hoch ihr mit der hand nachher geht wenn ihr hier rumschleudert wenn ihr zu sehr unten seid kommt der stock auch nicht rüber und wenn er zu sehr hoch geht fliegt der stock auch nur über die schulter das heißt ihr habt ja es ist unkontrolliert dann und da wir den stock ja kontrollieren wollen müssen wir erstmal ganz langsam trainieren das heißt ihr müsst erstmal tausend mal ungefähr immer diesen trick hier machen um irgendwann den perfekten schwung auszugleichen das sieht alles ein bisschen einfach aus aber es ist so tricky weil ihr ja immer darauf achten müsst dass der stock ganz geschmatig über die schulter kommt er darf ja halt nicht rüber fliegen aber wenn er schön rum geht ist es gut wenn er rüber fliegt habt ihr zu sehr unten gegriffen weil dann fliegt er wirklich nur rüber so und jetzt kommen wir zum kompliziertesten trick den ich euch beibringen kann hier haut er den stock rüber und während er sich hier rüber bewegt müsst ihr mit dem körper hier so reingehen und dann müsst ihr hier weiter raum kommen können das auch erstmal langsam trainieren indem ihr einfach nur so macht hier stehen bleibt dann erstmal mit der hand so ein bisschen nachhilft und das erstmal so lernt später könnt ihr die hände ein bisschen weglassen also nochmal alles sehr langsam erstmal aber er muss hier rüber haltet ihn schnell hier auf und dreht euch dann so rein das heißt zack aufhalten rumdrehen das ist die sichere variante um den stock jetzt erstmal hier lang zu bekommen habt ihr gemerkt hier rollt er ganz gemütlich über die schulter und das müsst ihr ausnutzen und den kopf einfach so dann reinnehmen die schulter am besten nach unten ziehen so und dann das gesicht hier in die richtung also erst über die schulter und dann schnell rüber hier über die schulter zack und schnell den körper so rein drehen zack und jetzt also ihr braucht bei diesem trick keine angst haben bei diesem stock hier kann euch nichts passieren und wenn ihr den trick macht lasst den stock erstmal ganz gemütlich über die schulter kommen das war jetzt leicht zu schnell so leicht kontrolliert das war gut und jetzt müsst ihr den körper mit rein drehen so ok da habe ich den stock leicht verpasst da hätte ich den kopf ein bisschen weiter nach unten nehmen müssen um den stock halt die chance zu geben ja noch rüber zu kommen sonst rutscht ab hier wieder zurück alles am langen arm zack und dann habt ihr gemerkt ich habe jetzt nur die beinstellung leicht geändert hier und schon kommt der stock auch rum also funktioniert nicht immer beim ersten mal man braucht ein paar übungen dabei 100 mal oder so aber funktioniert wenn ihr zu langsam seid habt ihr gesehen dann ist es auch nicht so gut aber es ist sicherer und ihr verletzt euch nicht also erstmal langsam zack und dann hier rum keine angst dabei haben zack zack ja ich würde sagen wir mit dem körper rein drehen ihr könnt ihr alles ganz langsam trainieren und ihr müsst einfach nur mit dem körper ein bisschen arbeiten und schon funktioniert der trick es ist halt sehr viel übung ist nicht einfach hier mit der hand ein bisschen rumschleudern sondern es braucht ein bisschen feingefühl dabei ihr müsst im moment abpassen wenn ihr merkt der stock ist hier dann müsst ihr reagieren und einfach reingehen nicht zu schnell nicht zu langsam wie schon gesagt alles eine frage der zeit ihr müsst das richtig abpassen und dann wird der stock auch einfach hier um den hals und schulter schwingen mehr ist es nicht einmal hier schwung holen zack erstmal über die schulter was ab und zu passieren kann dass der stock hier an dem ohr so vorbeischleudert und bei der kälte tut das doch ganz schön weh es ist wichtig dass ihr in den ersten momenten hoch konzentriert seid das heißt ihr müsst erstmal den stock auch hier über die schulter bekommen und je näher ihr mit dem stock hier auf der schulter seid desto leichter und besser geht dann der trick so und jetzt müsst ihr nur noch den hals steif machen und den oberkörper rein drehen dabei und sagt am besten immer dabei halskrause und habt ein bild vor augen und sagt halskrause 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 und dann bleibt auch steif mit dem hals und den kopf weil wenn ihr angst habt und so macht dann dann wäre das nichts also stellt euch vor ihr trägt einfach eine halskrause und dann funktioniert der trick auch ja wie ihr gemerkt habt der trick ist gar nicht so einfach auch ich habe noch probleme dabei vielleicht weil ich ihn nicht über 1000 mal gemacht habe ja auf jeden fall es funktioniert ihr müsst halt nur die sachen beachten und übung übung ist das ziel zum erfolg und je öfter ihr es macht desto leichter und werdet ihr euch dabei und ich kann jedem nur empfehlen so einen leichten pvc rohr zu besorgen weil ja die geben euch die sicherheit dass ihr euch nicht zu sehr verletzt und damit würde ich sagen danke dass ihr dabei wart und viel erfolg beim lernen euer survival piet nicht so nachmachen wieder zu langsam wie hier so halskrause 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 schlecht und so einmal hier oben und ich dachte ich habe gelernt aber ich kriege den irgendwie nicht mehr hin ja 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 Untertitelung. BR 2018